Hallo zusammen, wir sind Maren Brinker und Christian Fromm, Volleyball-Nationalspieler und unterstützen das Pilotprojekt Volleyball Trainer MOOC. Aber was ist das eigentlich? Der Volleyball Trainer MOOC ist eine kostenlose Fortbildungsmöglichkeit für Volleyball-Trainerinnen und Trainer, egal in welchem Alter, egal auf welcher Lizenzstufe, egal ob überhaupt mit Lizenz oder ohne Lizenz. Hier kannst du was lernen, ob für den Jugendbereich, für den Erwachsenenbereich oder für den Nächsten, ist es für allem was dabei. Also komm dabei, sei dabei und mach mit beim Volleyball-Trainer MOOC.